Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Los geht's! Oh Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Ich bin so ein Gelee-Stück, so ein grünes Gelee-Stück. Und ihr? Hä, er sucht doch. Warum sagst du das? Was? Kaspar's Sucher? Ja, du hast dich verraten. Oh mein Gott. Ich werde schnell mein Ding... Ich kann mein Prop wechseln. Ich bin kein Sucher, Digga. Was labert ihr? Ich bin Eis. Ja, jetzt habe ich mein Prop gewechselt für 50 Robux. Okay. Sag mal, wo seid ihr denn ungefähr? Wo seid ihr ungefähr? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Bist du das, der gerade hier hochläuft? Ja. Also ich bin, ähm... Ich bin versteckt. Was bist du überhaupt, Möckern? Sag mal. Ich bin auch Gelee. Ja. Aber es gibt überall Gelee. Das ist das Problem. Ich weiß. Das ist das Brot-Problem. Das ist ja übelst schwer. Das ist ja übelst schwer für dich, Alter. Alter. Wie sollen die denn hier ein bisschen was finden? Niemals. Wer ist das blaue Gelee? Wer ist das blaue Gelee? Wer von euch ist das blaue Gelee? Seht ihr den Kuchen? Warte mal, wir sind alle Verstecker, ne? Ja. Ja, ja. Seht ihr den riesen Kuchen? Wischen Kuchen? In der Mitte. Das ist Kuchenstück? Ja. Was tut das da drauf? Ich war das Eis, was da drauf ist. Äh, ehrlich? Ich bin auch da drauf. Okay, warte. Ich komm wieder rauf. Ich komm wieder rauf. Hä? Jungs? Das pinke Eis. Hä? Warte. Hey, Jungs, ich bin hier auch drauf. Hier siehst du mich? Hä, Jungs, ich bin hier auch drauf. Das bist du? Hä? Ah, nein, niemals. Ja. Oh mein Gott. Wir sind alle Dingens. Wir sind alle hier drauf. Links, links vor uns. Da, da. Oh Gott. Wo sind die? Oh mein Gott. Hallo, wir sind hier oben. Wir finden uns niemals, Leute. Wir finden uns niemals. Oh. Oh nein. Der hat einen gefunden. Und der hat, wenn man gefunden wurde, der sucht jetzt auch. Das heißt, der weiß genau, wenn er uns bewegen gesehen hat, dann kommt der direkt her. Oh nein. Ja. Hä, wirklich? Hä? Okay, Jungs, ich geh hier weg suchen. Ich weiß, wer ihr jetzt seid. Hi. Tschüss. Was? Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht bewegen, Jungs. Ich mach hier die ganze Zeit Sounds. Nicht bewegen. Oh mein Gott, er kommt, ne? Er kommt, er kommt, er kommt. Was machen wir? Er ist ein Kuchen. Jungs. Nein, er hat mich. Oh mein Gott, er ist an mir vorbeigelaufen. Er ist an mir vorbeigelaufen. Ich laufe mein Leben. Ja. Oh mein Gott, er ist so an mir vorbeig. Ich bin weg, ja. Ich bin weg. Er hat mich nicht gesehen. Digga, der hat mich einfach berührt. Ich bin One-Hit, ne? Da kann euch zweimal, muss er euch berühren. Okay, okay, okay. Also er hat mich nicht gesehen. Ich war hier Gelee. Ich glaube, ich verstehe mich jetzt gleich mal woanders. Alter, der wird uns noch niemals finden hier. Vor allem ist es ja nur einer, glaube ich, oder? Wo ist Smilkamm versteckt jetzt? Ich bin, äh, woanders versteckt. Oh mein Gott, Mokka wird gefunden. Er kommt, Mokka nicht kommt. Was? Was seid ihr? Oh mein Gott, ich sehe ihn, Alter. Der hat sich auf den Kuchen. Ich habe ihn da gesehen. Hier auf den Kuchen jetzt hoch. Nee, warte. Er ist beim Kuchen. Er ist beim Kuchen. Er ist beim Kuchen einfach oben drauf. Hey, du Hulb, Digga. Mann, Alter. Ich habe dich nicht gesehen. Oh nein. Okay. Probs jumpen. Alles springen jetzt. Da oben, da oben. Möckern. Hier, der steht. Hier, komm, die holen wir uns, die holen wir uns. Oh Gott. So klar. Ich habe ihn einmal. Noch mal, noch einmal, noch einmal. Wer ist das? Weiß ich nicht. Irgendjemand anders. Irgendjemand anders. Nicht gut, nicht gut. Ihr findet mich nicht. Hier, das Eis vor mir, das Eis haut vor mir ab. Ja, ich habe ihn einmal. Und? Ihr findet mich nicht. Ich habe das Eis. Ich habe das Eis. Ich habe einen. Und hier ist das Gelee. Nee, und? Nee. Ja, ich habe Leon. Ich habe auch noch einen. Komm hierher. Bitte nicht. Oh mein Gott, wir laufen beim Kuchen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Sei bei, komm, komm, komm. Ah, hier. Wo bist du? Wo bist du, Lökern? Nein, der hat mich eingefroren. Der hat mich eingefroren. Ich habe ihn. Ja. Wo ist er, wo ist der, Lökern? Wo ist er? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist in einem Gelee drin. Er denkt, ich habe ihn nicht gesehen. Wie? Oh mein Gott. Ich komme da nicht rein, Leon. Ein Kuchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme da nicht rein, ist er schummeln. Möckern, sag mal, wo ist er? Ich gehe weg. Bescheid, Bescheid, Möckern. Wo ist er? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Nein, die Eile kommt die ganze zu mir. Die soll weggehen. Oh mein Gott, die verfolgt mich die ganze Zeit. Ich habe ihn verloren. Digga, Möckern, was ist los mit dir? Wo seid ihr denn? Die verfolgt mich doch mitst. Der hat sich in so ein Dings reingebackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den müssen wir kriegen noch. Wer ist das Eis? Oh oh. Das Eis habe ich hier. Ey! Der macht schon wieder. Der kommt schon wieder über. Der kauft was. Pass auf, pass auf, Pass auf. Jetzt, Möckern, pass auf. Wohin? Jetzt. Ich habe ihn geholt. Oh mein Gott. Ich habe ihn. Hä? Jawohl. Ich habe den. Nein. Ihr lebt ihn vor mir. Nein. Ihr lebt ihn vor mir. Sieben Sekunden bitte. Bitte. Wo ist der? Bitte, ich bin auf ihn fast. Nein. Ich bin auf ihn fast. Digga, so unfreundlich. Was soll das? Ey, Jungs, wir sind hier auf so einer Bowlingbahn. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Kommt am Anfang. Ich springen. Ich springen. Ich springen hier. Ich bin die Bowlingkugel. Ich bin die Schuhe. Wer seid ihr? Bowlingkugel? Ich bin die Bowlingkugel. Ich bin hier. Ich bin die Bowlingkugel, Leute. Ey, seht ihr Schuhe irgendwo? Ich muss mich dazu stellen. Gute Frage. 200 Schritte weit ist der Sucher weg. Ihr seht das unten im Satz. Das ist so, wie er hat der Sucher weg ist. Oh nein, ey. Der sucht schon, oder was? Der sucht, glaube ich, jetzt gleich. Oh Gott. Man kann hier richtig schummeln. Alter. Man kann vor allem für Robux sich nicht die Stuff kaufen, wie Leon eben gemacht hat. Ja, das war voll unfair. Digga, auf einmal kauft der ganz viel Stuff die ganze Zeit. Ja, ich wollte überleben, natürlich. Alter, man kann gratis spinnen für gratis Coins. Wo? Oh mein Gott, ich habe gerade Coins bekommen. 500 Free Coins. Und mit diesen Free Coins. Ich habe auch 500. Wie kann man das kaufen? Wie kann man denn die Sachen kaufen? Kann man sich neue Sachen holen, glaube ich. Das ist ein Sucher. Der ist viel näher dran. Zwei Stück schon. Zwei Stück? Wo seid ihr? Unten in der Bowlingbahn. Wo bist du? Ich bin auch in der Bowlingbahn. Drin? Ja. In der Bowlingbahn? Drin? Also in der Pins? Die kriegen dir ja keine Chance, Alter. Guck mal, wie die wegläufen vor denen. Ihr kriegt wen nicht. Die Eis- und die Milchshakes. Die sind auch Coins, wenn man einsameln kann, ne? Wo bist du versteckt? Ich bin bei den Schuhen. Ich bin so Riesenschuhe. Alter, die wird uns ja niemals finden. Riesenschuhe? Warte mal, ich komme mal zu dir. Wie soll die das denn schaffen? Siehst du mich gerade springen, Möckern? Oh nein. Ja, geradeaus. Geradeaus. Einer hat gewohnt. Warte mal, ganz ruhig. Nach hinten. Hier sind Riesenschuhe. Oh mein Gott, du bist so voll. Nein, sag doch was. Wir sind voll viele. Ich bin gleich down. Nein, ihr hat mich. Jetzt habe ich euch. Jetzt hole ich euch. Wo seid ihr Jungs, hä? Wo seid ihr? Ich krieg mich niemals. Hey. Bist du das hier, die Bohnenkugel? Nein. Das ist Lücker, ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast doch geändert dein Aussehen, ne? Ja. Oh mein Gott. Ach so, du warst die ganze Zeit, du warst die ganze Zeit. Was war ein Leon? Okay, wo ist Leon? Eine orange Bohnenkugel. Wo ist er? Wo ist er? Der ist hier irgendwo. Ey, die habe ich geholt. Nein. Okay, doch zwei Leute sind verständlich. Muss man nur was drücken, wenn man die berührt, wenn man die sieht? Nee, den überlaufen. Nee, nee, einfach nur drüberlaufen. Deswegen hat die so Glück gehabt, die ist aber zufällig über mich drüber gelaufen. Oh. Hä? Du hast einen gefunden. Ja, ich bin einfach auch so drüber gelaufen. Perfekt. Hier oben. Hier oben, wo muss man kann. Hier ist er. Wo ist der? Hier, hier, hier. Am Anfang. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja, sehr gut. Sehr gut. Habt ihr vier Leute gefunden? Ich habe, nee. Wie soll das denn gehen? Oder vier Punkte. Vier Punkte, glaube ich. Wir sind ja nicht ganz so viele. Leute, wo seid ihr? Hier vorne. Ich bin dieser Hut. Der Hut. Ich bin die Kiste. Ich bin die Kiste. Ich bin das hier. Etwas neben dir. Okay. Lass mal was zusammen machen. Schnell. Jungs, das ist hier hoch. Guck mal. Oh mein Gott. Alter, ja, Mann. Das ist untypisch. Das ist untypisch, wenn da so ein Hütchen ist von mir. Guck mal jetzt. Zack. Oh mein Gott. Was? Guck mal hier oben. Da oben. Oh, der Theo. Alter. Du hast glitcht oder so. Ich glitch mich hier durch. Oh mein Gott, ich bin auch oben. Der Sura kommt, die Sura kommt, die Sura kommt. Oh mein Gott, wo kommt? Die finden uns hier niemals. Guck mal, Kasper schaffst das nicht. Kasper, du schaffst das nicht. Kasper, du schaffst das nicht. Kasper, du schaffst das nicht. Ey, jetzt lockt der eine an zu uns. Das ist wirklich unkorrekt. Guck mal, Kasper. Ich logg die weg, ich logg die weg. Pass auf, pass auf. Alter, die checkt das nicht. Die hat keine Lust auf dich. Oh mein Gott. Die ist direkt da, wo wir eben waren. Die checkt gar nicht, die checkt gar nicht. Hier, ich stehe einfach hier in das Hütchen. Ich sehe euch da oben. Die hat sich gecheckt, die hat sich gecheckt. Die hat sich gecheckt. Nein, nein, nein. Guck mal, die hat sich gecheckt. Die hat sich gecheckt, die ist viel zu schlecht. Für uns ist das zu früh. Ist das a free round for uns? Wie könnt ihr denn da springen? Ich komme doch nicht mehr zu springen. Oh mein Gott. Guck mal, ich zeige den Trick. Guck mal, Leon, siehst du den Balkon da vorne? Ja, aber der kann man da raufgehen von dem anderen Ding. Das ist nicht so schlau. Es sind noch 10 Leute, ich stehe dieser Übel. Wisst ihr was? Ich mache den verwechselt. Ey, Leon, was machst du? Ich bin runtergefallen. Leon! Ey, 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 ey. Er macht es zum Suchen, er macht es zum Suchen. Ja, ja, ja. Ich habe dich einfach geändert. Ja, ja. Alter, ich verfolge den Suchen, er will mich nicht haben. Au. Leon ist super. Ah, ah. Okay, Jungs, na? Kommt her, hä? Wo seid ihr? Man kann auch spectaten, wenn man im Problem ist. Alter, wer ist denn hier der Stuhl? Wer ist denn hier der Stuhl? Das ist der Simulator gerade, Digga. Ich bin sofort ganz verfolgt von jemandem. Hä? Alter, hier ist so eine Filmklappe bei mir. Alter. Auf dem Boden. Alter, das ist einfach eine Filmklappe, das ist einfach ein Spieler. Wer ist hier der Stuhl denn? Mirka, bist du das hier? Komm zurück zum Game. Nein, ich bin immer noch hier oben. Junge, der Stuhl ist voll gut, Alter. Leon wird hoch, den auch von der Stuhl. Leon wird hoch, den auch von der Stuhl. Das ist dann so ein Profi. Das ist so ein Profi. Hol das mit dir an. Den will ich jetzt, den will ich jetzt aber haben. Du kannst ihn einfrieren oder so, ne? Oder was kannst du machen? Nein, 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 nein. Alter, warum ist er so schnell? Warum ist er so gut? Nein. Oh mein Gott. Da wurde der nächste geholt gerade. Da, er dachte, er könnte sich verstecken vor mir, aber nicht mit mir. Oh mein Gott. Leon, du schaffst es. Komm schon. Alter, ich fahr direkt in ihm. Nein, das geht zu gut. Ah, ich seh es. Oh mein Gott. Da, jetzt, Alter. Oh mein Gott, Digga. Halbes Leben. Halbes Leben. Alter, er ist durch mich durch, weil er gerade noch unsichtbar war. Und die haben nur noch zwei Minuten. Easy. Wenn wir den haben, müssen wir den haben. Wir müssen den ja so oder so holen. Das stimmt. Komm schon. Ich mag gar nicht, ich seh dich da oben noch chillen, Alter. Komm, ich komm zu dir. Ja, ich komm zu dir jetzt. Ich komm zu dir jetzt. Warte, hier den blauen Kram. Leon. Ja. Nein. Er schminkt immer durch dieselben, denke ich. Oh nein, Alter. Alter, er war in mir drin. Er war in mir drin. Das ist ein Profi. Guck mal, der geht jetzt links durch. Guck mal, Leon wusste es. Alter. Oh mein Gott. Junge, der Typ ist ja richtig nervig. Ich hab gesagt, verschwende keine Zeit. Ich hab gesagt, verschwende keine Zeit. Ja, wir müssen den aber so oder so holen. Ich lass mich auffangen. Wir müssen den ja so oder so oben an der holen. Ja, jetzt hab ich ihn. Holly, ey. Möker, verstecken, verstecken, verstecken. Das schafft er nicht mehr. Möker, der kommt los zu dir. Der kommt los zu dir, Möker. Oh Gott, mach ruhig. Er schafft die Sprung nicht. Lauf. Natürlich bin ich oben. Lauf, Junge. Lauf, Möker, die haben dich. Nein. Easy. Easy. Na, wo ist der Nächste hier? Wo ist der Nächste? Wo ist das? Na? Wo ist Kasper hier? Nur mal so als Info. Ich bin kein Nümchen mehr. Ist hier irgendjemand versteckt? Hier oben jemand? Oh mein Gott, ich krieg mich nicht. Ich krieg mich niemals. Alter, man kann richtig hochgehen. Also, er hätte ihn ganz hier hochgehen können. Kasper, hat niemand einen Schaden bekommen. Woll oben auf dem Dach? Kasper? Er ist ganz ruhig auf einmal. Kasper. Ja, er rennt, glaube ich, gerade weg. Er muss gerade aus der Dreh. Nein. Mann. Dinger, ich hab so ein krasser Verstechen, Alter. Ich hatte so ein krasser Verstechen auf einmal. Und die kommt auf einmal da an und wusste genau, dass ich da bin. Mann. Wo sind die anderen beiden? Wollt mal, ist das hier nicht nur einer? Da war so eine Filmklappe vorhin. Die hab ich gesehen. Eine Filmklappe? Hä, wo können die anderen beiden sein? Ich weiß, wo der ist. Beim gelben Kran oben. Ist nur einer. Beim gelben Kran oben, Mann. Ja, hier ist er drin. Nee, das ist gar keiner. Was redest du da? Nee, da war die Filmklappe, die eben hochgegangen ist. Ihr könnt euch kaufen, ne? Quickend. Dann seht ihr das hier. Ja, aber die ist für 10 Sekunden jetzt auch nicht mehr. Oh mein Gott. Einer noch. Oh mein Gott. Das kann ich glauben, dass ich schon wieder gewinne. Wo ist denn der? Wo ist denn der? War der? Keine Ahnung, wo der war, Leute. Der war ja krass versteckt. Der war richtig krass versteckt. Kaspar, komm schnell nach oben. Was passiert mit mir? Mit einer Farbe müssen wir uns verstecken. Das heißt, ich werde jetzt blau. Ich werde jetzt hier blau. Oh, ich werde jetzt blau. Das heißt, immer wenn wir... Oh mein Gott, die suchen schon. Nein, jetzt bist du weggegessen. Das hat er uns gesehen, glaube ich, oder? Oder wo ist der überhaupt? Kann ich mich hier dran verstecken? Hier, guck mal. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott, der ist hinter mir. Ja, hier findet er mich nie. Hier findet er mich nie. Hilfe. Hilfe. Ja, lauf, 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 lauf. Ja, er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Wenn jetzt hier zum Beispiel... Siehst du mich eigentlich? Ja, ne? Wenn ich zu gelb bin. Oh mein Gott, du musst dich in 20 Sekunden in der Nähe blau verstecken. Siehst du das? Ah, in der Nähe von... Bei mir ist es in der Nähe von Lila. Okay. Ach so. Was passiert, wenn man es nicht macht? Geht man dann drauf? Wird man dann vielleicht auch zum Sucher? Das könnte auch sein, ne? Das könnte auch sein, ne? Ich bin jetzt hier gerade... Ich bin jetzt genau bei Lila. Mal gucken, ob der jetzt hier irgendwo... Oh Gott. Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht ihr mich? So, vier, drei, zwei, eins. Oh mein Gott, mich auch nicht. Oh mein Gott, nein. Die sieht mich nicht. Oh, warte, ich bin jetzt rot, ich bin jetzt rot. Oh, jetzt ist sie runtergefallen. Ich bin jetzt rot. Das heißt, der Rest kann sie, glaube ich, sehen. Aber wenn man halt zum Beispiel die Farbe hat, die man nicht hat, ne? Ach so. Ich bin jetzt hier auf dem perfekten Tisch. Auf dem Tisch sind alle Farben. Hä, ich habe mich gerade... Man sieht doch von der Form ganz klar, dass da jemand steht, oder nicht? Aber ich glaube, wir sind dann unsichtbar oder sowas, habe ich das Gefühl. Nein, meinst du? Doch, natürlich. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade echt gut... Ein paar Münzen hier einsammeln. Oh, ja, jetzt muss ich blau werden. Guck mal, jetzt guck mich mal an. Guck mal, jetzt bin ich mal auf dem Löffel drauf. Jetzt siehst du mich doch ganz klar da stehen, oder nicht? Oh, mein Gott. Lauf. Nein, nein. Hau ab. Oh Gott, die hatte ich gleich, die hatte ich gleich. Lauf. Wahrscheinlich schlägt zu einer Farbe, zu einer Farbe, zu einer Farbe. Oh nein. Oh nein, zum Topf, zum Topf. Lauf. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Die sind abgehauen. Ja, die sind abgehauen, die sind abgehauen. Ich bin jetzt hier oben. Bist du nicht? Schreck, was? Ich sehe dich nicht, wo bist du. Ich muss schon wieder diese doofe Farbe haben. Ich muss zu grünen. Oh, nee, ey. Die kommt zu dir, die ist oben auf dem Schrank, über dir. Die ist oben auf dem Schrank, über dir. Okay, warte. Ich bin jetzt versteckt, siehst du das? Ich bin versteckt, oder nicht? Oh, ja, warte mal. Hoffentlich. Ah, da, okay. Sieht mich eigentlich nicht, glaube ich. Welche Farbe musst du wählen? Grün, hier vorne bei der Tasse. Gut, da ist sie. Da ist sie direkt. Oh, oh. Wie mich hier nähen, hä? In fünf Sekunden bist du ja wieder in der neue Farbe. Ja, ich bin in der Tasse drin. Du bist doppelt versteckt. Okay, gelb. Hä, ich habe mich jetzt mal nicht versteckt bei der Farbe. Aber das muss man gar nicht machen. Doch, klar, klar, klar. Ich war jetzt aber gerade nicht bei der Farbe und die Zeit ist abgelaufen. Da war gar nichts los. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, du bist nur da wirklich unsichtbar angezeigt für sie. Wenn du diese Farbe... Ja. Das heißt, warte mal hier. Ich bin jetzt mal blau. Da steht nämlich, da steht irgendwas. Oh mein Gott, der Sucher ist direkt neben mir. Oh mein Gott, ehrlich? Wo ist die? Ja, hier oder nicht? Sieht das nicht? Ne, ich sehe die nicht. Ne, das ist auch nicht so perfekt. Weil da steht auch, wenn du dich da hinstellst. Es steht auch so, dass das Verstecken fehlgeschlagen ist. Du musst dich in der Nähe von grün verstecken. Okay, bin ich jetzt auch. Und jetzt sieht sie mich, glaube ich, nicht. Das heißt, eigentlich hast du als Sucher, wenn die Verstecker schlau sind, nur die Schaden ist einzufinden, wenn quasi diese 30 wegzitzen. Oh mein Gott, guck zu mir, guck zu mir, die ist direkt vor mir. Als wenn die mich da nicht gesehen hat, Dinger. Oh mein Gott. Ey, die hat nur drei von 13 gefunden. Wie schlecht war das denn von der? Wie schlecht waren die? Wieso? Die waren ja mega schlecht. Schnell, ich muss mich bei blau verstecken. Ich muss mich bei schwarz verstecken. Hier an der Schale. Ey, wo ist denn? Warum ist hier kein blau? Hier ist noch so blau, Kaspar. Doch da. Doch, hier drin, hier drin. Die Beere. Hä? Es geht gar nicht. Oh nein. Oh nein. Und ich gehe hier hin. So, hier würde ich mich niemals finden. Oh oh. Mal gucken, die Farbe wird sich jetzt gleich weitergleich ändern. Ja. Oh nein. Oh nein. Blau. Es ist wieder blau bei mir. Schnell zum blauen Löffel. Wieder schwarz? Okay, ich bin blau. Ich bin blauer Löffel. Ich gehe mal hier drüben hin. Wo ist denn der Sucher? Ich sehe den gar nicht. Es gibt auch nur einen einzigen, sehe ich gerade. Boah, der arme, Alter. Ja, Alter. Ich würde auch gerne mal suchen, ob es wirklich so schwer dann ist. Ja, ja. Bin mir auch mal interessiert. Ich glaube, es ist schon ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man sich versteckt. Musst du auch blau? Nein, schwarz. So jetzt. Na Gott sei Dank. Mal gucken, welche Farbe kriege ich jetzt? Hier oben sind eigentlich alle schwarz. Ja, der rote Löffel. Der rote Bonbon. Achso, ja. Der rote Bonbon. Oh, dann nehme ich den schwarzen Löffel. Schwarzen Löffel, rote Gabel. Nein. Falsch. So, jetzt. Aber wo ist das hier? Ist hier jetzt gerade irgendwie die Sucherwelle? Der läuft hier doch locker unten irgendwo rum, oder? Ich gucke auch gerade, aber ich finde die irgendwie nicht. Ich sehe den gar nicht. Der ist ja richtig schlecht oder so. Ikaika heißt er. Ikaika. Hä? Der muss mich bei Rot verstecken. Noch mal Rot. Noch mal Rot. Ah, was, wie cool. Ey, der wird ja gar keine Chance haben. Da drüben, da drüben. Hier beim Herzen ist der gerade gewesen. Ehrlich? Ja. Ja, der war hier. Oh nein. Da ist sie. Da ist sie doch noch nicht. Da hinten läuft sie, da hinten läuft sie. Hier oben. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Oh nein, ich bin runtergefallen. Nein, hier ist Rot. Ich komme, bleibe ich hoch. Hier ist oben. Nein. Oh, die hat einen gewerwischt. Oh mein Gott, ich stehe jetzt hier oben. Ich bin gerade bei Rot. Und die Farbe erlert sich jetzt zu Gelb. Nein. Lauf. Die hat nicht gesehen, die ist hinter mir. Nein. Oh, sie läuft gleich hinter mir her. Oh, oh, doch. Oder? Sicher? Nein, die geht woanders hin. Komm, die kommt zu mir, glaube ich. Ich bin wieder bei Gelb jetzt. Ich bin bei Gelb, alles gut. So, ich muss zu Rot gleich. Guck mal, hier oben, siehst du, wo ich bin? Hier oben. Wo denn? Wo bist du? Oh nein. Hast du dich? Wo ist sie hin? Wo bist du? Bro, die hat mich. Lol, die konnte mich sehen, weil ich mich nicht als Rot verkleidet habe. Das ist natürlich, oh, jetzt muss ich dieses, oh, wo ist sie denn? Man. Die hat mich einfach komplett erwischt gerade. Verdammt. Aber wo ist sie denn? Du kannst mir zugucken oder so, ne? Ich sehe die jetzt gerade gar nicht. Die wird mich nämlich... Da hinten vor dir, vor dir war die gerade. Die war gerade vor dir. Wo denn? Ich sehe die gar nicht. Die hat runtergefallen. Die wird mich niemals bekommen, Alter. Da war sie, da war sie. Wo denn? Unter dir! Lauf! Lauf, pass auf da! Ich bin versteckt. Na! Hä? Was? Nein! Was? Ach, Mann! Das heißt, wenn man wirklich die Farbe ausgewählt hat, dann kann man einen anscheinend nicht holen. Ey, wie krass. Kaspar, beeil dich, wir müssen schnell aufs Schwarz gehen. Oh, was? Und wir hier versteckt bleiben, oder was? Genau, denn wir machen heute nämlich Suchen und Verstecken mit Farben. Was? Und wir haben jetzt die Farbe Schwarz und jetzt schnell Gelb? Jetzt schnell auf die Farbe Gelb gehen. Da unten, der kommt schon, der kommt schon. Alter, der wurde gerade gefunden, ich sehe es. Alter, die suchen gerade echt alle hier, ne? Aber wenn wir auf Gelb sind, oder allgemein auf der richtigen Farbe, dann kann die uns nämlich gar nicht holen. Achso, das heißt, die sehen uns immer nur für ein paar Sekunden dann? Ich bin gerade ganz schnell auf Weiß gegangen, die habe ich halt fast gerade bekommen, ne? Direkt am Anfang. Da ist sie auch. Die springt hier gerade rum und wupft hier wirklich rum. Die sucht hier gerade jeden, ne? Ey, die wird uns niemals finden, Kaspar. Vor allem, weil ich direkt jetzt auf Grün gehe. Und ich gehe jetzt auch ganz schnell auf Grün, bevor sie kommt. Ey, du bist da richtig blöd zu ihr, dass sie kurz weg geht. Das ist richtig unfair für sie. Hat sie keine Chance, mich zu sehen hier, ne? Aber es läuft in deine Richtung jetzt. Oh nein! Blau! Ah, und sie ist runtergefallen. Die Arme. Oh mein Gott, wie schlecht ist die bitte? Da unten läuft sie. Ich sehe es jetzt gerade, ne? Meine Lieblingsfarbe, Kaspar. Die ist einfach mal rot. Rot. Und die kommt jetzt auch. Oh nee, es kommt weiß. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Ich glaube, ich versuche jetzt mal zu dir rüber. Warte, guck mal, wie sie bei dir kämpft. Die kämpft bei dir. Tja, nicht mit mir, ne? Nicht mit mir. Die dachte kurz. Die dachte kurz, sie hat mich. Ich komme zu dir, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Bleib lieber da stehen. Die ist ganz nah an dir, ne? Alter, was ist los mit der? Oh nein! So, die ist direkt bei dir drauf. Du musst direkt woanders hin. Oh nein, ich bleib hier, ich bleib hier. Oh, oh, die wird auf jeden Fall jetzt gleich einen fangen, ne? Ich glaube, den da oben wird sie jetzt fangen. Wohin, wohin, wohin? Sag schnell. Schnell auf weiß, Kaspar. Oh mein Gott, das war knapp. Alter, ich bin jetzt gerade auch noch auf weiß drauf, ne? Aber das wird sie doch niemals schaffen. Ich könnte theoretisch auch mal pfeifen. Oh, ich höre dich pfeifen da hinten. Ich pfeife. Oh nein. Oh. Sie kommt. Ey, jetzt ist der direkt auf meine Farbe gegangen, der Typ. Jetzt nicht sein Ernst. Ich locke sie jetzt an. Guck mal hier drüben. Guck, ich bin gar nicht auf blau drauf. Oh mein Gott, pass auf. Nein, die weiß genau jetzt, wo ich bin. Hilfe. Geh woanders hin. Hilfe, Kaspar. Ich bin auf rot. Rot, rot, rot. Oh mein Gott, sie wusste es nicht. Und sie bleibt genau wieder da stehen. Die ist jetzt gerade echt schlau. Alter, die ist direkt bei mir an. Die hat richtig clever gemacht gerade. Die ist weiß. Weiß, 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 weiß. Oh, ich bin weiß, okay. Alter, die kriegt mich niemals. Obwohl, die stehen schon wieder direkt neben mir, ne? Nur noch drei Leute leben, ne? Guck mal, ich kann hier, Alter, ich kann hier so hoch springen. Das hat sie nicht gesehen. Das sieht die nicht. Das hat sie nicht gesehen. Erst mal mit einer anderen Farbe berühren. Alter, die sieht das schon irgendwie, die ist perfekt. Oh nein. Oh Gott, die ist direkt die ganze Zeit neben mir. Jetzt sind noch drei Sekunden, Kaspar. Alter, die hat keine Chance. Ich sag's dir. Aber die weiß gefühlt, dass ich hier bin. Ich lenke sie ab, ich lenke sie ab. Okay. Komm rüber hier, Sucher. Komm doch. Oh Gott, hat sie das gesehen? Das hat sie gesehen. Das hat sie gesehen. Weiß, das ist weiß. Weiß. Okay, ich bin auf weiß. Ey, die ist auch so schlecht, ne? Die kriegt mich niemals, Kaspar. Oh mein Gott, ich lock sie zu dir jetzt. Wow. Alter, sie hat sie jetzt gerade fast bekommen, ne? Oh mein Gott, ich weiß. Alter, das war nur einmal rot. Wow. Ja, die Runde geht auf jeden Fall an uns, Alter. Das hat sie nicht geschafft. Kaspar, du bist Sucher. Ich bin eingefangen und ich hole euch jetzt alle. Oh mein Gott. Ey, niemals wirst du mich bekommen. Ich werde dich sofort finden, ist dir das klar? Du wirst mich niemals finden. Ich hole direkt hier die beiden. Weißt du jetzt, welche Farbe das ist? Oh mein Gott, nein. Aber ich werde hier... Oh mein Gott, es muss, was ist es? Guck mal, wie ich die hier alle hole. Die haben gar keine Chance vor mir. Alter, warum findest du so viele? Du hast dich niemals bekommen, Kaspar. Oh Gott, da habe ich noch einen geholt gerade. Und hier sind auch nochmal zwei auf weiß. Ihr habt gerade weiß, oder? Ach, du weißt nicht, welche Farbe wir haben. Ich weiß nicht, welche Farbe. Ich sehe immer nur Leute auf weiß springen dann. Ah. Ey, ich habe die einfach geholt. Oh mein Gott. Ich kann mir sogar hier ein Portal kaufen für Robux. Ich glaube, das hole ich mir mal später. Wo bist du, hä? Wo bist du versteckt? Du wirst mich niemals finden, Kaspar. Hier, der grüne, Alter. Der ist hier irgendwo unterwegs. Ich sehe es. Das glaube ich nicht. Ey. Alter, war es knapp. Ja. Tja, jetzt weißt du nicht, wo ich bin. Du warst eben schon sehr nah dran an mir, ne? Ey, ich habe nicht was gekriegt, Bro. Du hast ja fast gesehen. Nein, du hast mich nicht bekommen. Hier unten läuft einer weg von mir. Alter, den habe ich mich auch geholt. Na, mal gucken. Siehst du jetzt, wo ich bin, hä? Oh, bist du? Zeig mal hier. Ich gehe mal die Pyramide kurz hoch. Ich sehe dich nicht. Alter, wir sind gerade gefühlt alle versteckt. Wo bist du, hä? Bist du hier drüben irgendwo, oder was? Hier bist du, ne? Ja, ey. Wie das aussieht, du findest einfach gar keinen. Oh Gott. Den habe ich. Sehr gut. Es nehmen nur noch zwei andere. Wo bist du? Tja, auf welcher Farbe sind wir wohl jetzt versteckt? Auf weiß, glaube ich, oder? Hier, auf weiß eben. Hm, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ihr müsst euch jetzt... Oh mein Gott. Alter, habt ihr dein Glück? Auf blau habt ihr jetzt, ne? Boah, du wirst mich niemals bekommen. Ihr seid blau. Ihr seid blau, oder? Du wirst mich niemals bekommen, Kasper. Guck mal, lauf doch ruhig zum blauen Portal. Mach das doch ruhig. Boah, von oben. Zack, nächsten geholt. Alter, was? Du hast gerade einen einfach bekommen. Alter, nur noch zwei Leute am Leben. Noch du und einen anderen, ne? Ich weiß, noch eine Minute Zeit. Das ist auch ein Glaubt jetzt gerade. Oh, was? Wie konntest du das überleben, Alter? Wie konntest du das gerade überleben? Alter, jetzt bin ich hier unten gefangen. Dann hole ich den anderen jetzt hier, der jetzt gleich sich auftaucht. Sag mal Bescheid, der Timer. Komm, ich bin in einem Team. Nein, ich spiele gegen dich. Oh, was? Weiß habt ihr, oder? Oder schwarz? Oh, 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 oh. Wo bist du? Tja, das sage ich nicht. Wo seid ihr? Ja. Wo seid ihr? Ja, lauf, Kollege. Oh, was? Ihr seid rot. Ja. Du kriegst mich nicht. Glaub's nicht. Du kriegst mich niemals. Nur noch 20 Sekunden. Du bist ja richtig schlecht. Ey, der läuft direkt auf die andere Farbe. Da will ich dich mal sehen, wie du das gleich schaffst. Du bist ja richtig schlecht. Wo bist du? Ich seh dich halt nicht mal. Wie soll ich dich auch sehen hier? Ich weiß. Du musst halt die Euglern gut aufhalten. Hm. Ich muss immer die Farbe wechseln. Das ist immer das Ding. Also, man kann euch wirklich nicht sehen. Ja. Du bist ja richtig schlecht. Es ist sehr, sehr schwer als Sucher. Bruder X? Was? Du bist eingefroren. Ich bin eingefroren. Oh Gott. Du weißt nicht mal, welche Farbe. La, 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 la. Du findest uns nie. Ich bin auch noch eingefroren jetzt gerade. Und jetzt bist du frei. Oh Gott. Hä? Hey, Bro! Ah! Was war das denn? Was? Du bist ja richtig schlecht. Du bist ja genau in mich reingesprungen. Hä? Wieso warst du dich versteckt? Ey, jetzt wurde ich einfach schon wieder eingefroren. Was soll denn das? Was? Du bist eingefroren? Hier sind einfach zwei Personen am Spawn. Du wirst uns niemals finden. Hier ist noch ein. Alter, die habe ich gerade ausgetrickt. Also ich habe jetzt gerade schon zwei Personen geholt, ne, wollte ich nur so gesagt haben. Oh, da sind so viele auf der Spitze gerade drauf. Oh, und hier läuft einer rum auf gelb, ne? Na? Oh, und noch einen geholt. Hä? Ich sage dir, du wirst mich nie finden hier drüben. Ich habe so einen krass versteckt. Alter, da oben sind... Alter! Oh Gott! Ich habe sie auf einmal geholt. Alter, wie viel hast du da gerade geholt? Da waren ja übelst viele. Hä? Die sind ja alle voll einfach zu holen. Hä? Jo. Und du hast total Probleme mit dem Spiel. Ich glaube es ja nicht. Gar nicht. Ich bin Profi. Oh. Oh. Okay, rot habt ihr, ne? Na, habt ihr rot. Na, Kaspar? Wie gefällt es dir hier? Oder wie gefällt es dir hier drauf? Oder wie gefällt es dir hier drauf, ha? Da bin ich gar nicht. Hm. Na, gesagt haben, ne? So, wo sind die jetzt hier, ne? Ah, ah, oh, oh, oh. Alter, ihr seht die schon bekommen können. Was? Gar nicht. War super. Ich hätte super Zeit. Na, habt ihr schwarz oder was? Hm. Tja. Ich weiß die ganzen Farben. Ja, da sind auch einige auf deiner Ecke, ne? Sag ich mal so. Ja. Oh, 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 oh. Oh. Wo ist der hier denn? Alter, der hat sich gerade noch gerettet. Oh mein Gott. Der hat sich gerade noch gerettet. Ich glaube es ja nicht. So ein Glückspilz. Einfach blau in der letzten Sekunde. Was? Mal kurz gucken. Was kommt als nächstes Farbe? Alter. Rot. Ich seh's hier gerade. Oh mein Gott. Wie viele sind noch am Leben? Nur noch vier Stück? Oh, oh, ja. Richtig wenige. Ja. Alter, ihr habt so ein Glück gehabt. Vier, drei, zwei, oh. Oh, 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 oh. Ja, noch eine geholt. Hä? Alter, die war richtig schlecht. Ihr seid nur noch drei Leute, ne? Nur übrigens, wollte ich nur so gesagt haben. Was ist denn? Oh, 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 nein. Noch eine geholt. Okay. Und hier ist der nächste auf blau oder auf gelb. Was? Hast du... Du gammelst da einfach wie so ein Camper. Nee, ich guck einfach. Natürlich campst du da. Oh, wo läuft sie denn hier lang? Wo läuft sie denn hier lang? Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Alter, hast du ein Glück gehabt. Schnell weg hier, ey. Das war knapp. Da vorne ist da noch einer hier. Der schwimmt hier gerade rum. Das war knapp, ja. Wo ist denn der Dachs hin? Der Dackel. Iiii. Wo ist denn der? Ey, geh mal weg, Alter. Das bin ich. Oh. Oh. Also echt. Du warst ja richtig schlecht. Hörst du mich denn da noch erfischt? Du bist ja richtig gut da drin. Wo ist der letzte? Ich sehe ihn nicht. Ey, die gammelt einfach nur am Rand. Ich glaub's nicht auf rot. Wo das... Ah. Yeah. Alter, ich bin so ein guter. Das war ja auch voll einfach. Ich hab sie alle geholt bei Suche und Verstecken. Wow, Kaspar, guck mal. Oh, kommst du. Wow. Ey, wir sind geschrumpft. Wir sind einfach geschrumpft in so einer riesen Küche gelandet. Und das Ding ist, wir müssen uns jetzt verstecken. Oh, aber wo denn am besten in so einer Küche? Sag mal. Bo, guck mal am wenigsten rein in der Küche. Also schon mal nicht in den Kühlschrank. Also Kühlschrank würde ich nicht reingehen. Aber was ist denn... Guck mal, da unten. Bo, rechts. Was? Siehst du da diesen Raum? Wollen wir da mal hin? Stimmt. Gute Idee. Oh, warte mal. Hier könnte auch nicht so schlecht sein, ne? Ey, ich fühl mich so klein. Bro, komm runter. Ja, okay. Okay, ich fühl mich so klein. Du denkst, hier rein ist eine gute Idee, oder was? Vielleicht könnte da ein gutes Versteck drin sein. Guck mal, da liegt auch so eine Münze, sag mal, die da rumschwingt. Warte mal, denkst du, wir könnten dieses Rohr auch vielleicht reingehen oder so? Oh, das wär cool. Mann! Aber das geht leider nicht. Aber man könnte sich dahinter halt verstecken. Aber das Ding ist, siehst du, unten links wird angezeigt, wie weit der entfernt das. Und da ist irgendwie gefühlt gar nicht mehr so. Oh, okay. 140 Meter anscheinend hier, okay. Warte mal, wir könnten, komm mal hier hin. Wir könnten nach oben auf die Abzugshaube da auf die... Stimmt, das ist eine gute Idee. Wie heißt der nochmal? Abzugshaube oder so? Ja, Abzugshaube heißt er einfach nur. Genau. So, und? So, oh, ey. Hä? Das ist voll das kleine Ding. Das ist nur für den Ofen. Ah! Brock's off! Was machst du? Brock's off! Was passiert? Was war... Ich bin rübergerutscht. Hilfe! Pass auf, der ist rutschig. Der ist rutschig. Nein, ich geh in den Ofen rein. Ich geh... Ey, was ist das? Guck mal, da drüben ist der. Da drüben ist der. Der hüpft da am Stuhl rum. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier. Ja, genau. Wir müssen das machen. Und du's. Ey, sag mal. Was soll das? Woppa! Okay. Ey, Brock's off! Ich bin hier noch ein bisschen auf halb acht. Warte mal. Was hat das Licht ausgemacht? Was sieht der? Guck mal. Es wird dunkel. Der hat das Licht ausgemacht oder so. Was ist denn hier noch? Lol. Hey, hier ist so eine coole Schublade. Aber warte, wie kommt man denn jetzt auf diese Abzugshaube rauf? Mh, da ist ja irgendwie, warte mal, da muss uns ein anderer, da hinten, da hinten, da hinten gibt's, glaube ich, den Weg. Da, weißt du? Hier, hier in die Richtung. Stimmt. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin und dann können wir sozusagen da hinten. Ey, warte mal, ich bin jetzt gerade da drauf, im Ofen. Ich kann ja drauf gehen. Aber ich glaube, du hast recht, du musst hier hinten hingehen, ne? Ja, ich glaube, ja, hier vorne und dann müssen wir, äh, ja, genau. Oh, er ist hinter uns, da läuft er. Wo ist er? Oh Gott! So. Guck mal. Wui! Wir müssen uns auf jeden Fall nicht finden, ne? Dann war's das. Und dann hier hoch, ne? Wui! Ja, aber ich frage mich jetzt gerade. Ja. Wo? Wo bist du? Nein! Hilfe! Nein! Oh mein Gott, das ist ja mega knapp. Ich war gerade einfach im Boden oder so drin. Lass mal hier oben gucken, guck mal, da drüben läuft. Oder wo ist er? Guck mal, der hat den gleich am Backofen, den Typen. Ja? Oh Gott. Wo bist du? Ich bin runtergefallen, bei ihm. Oh Gott. Komm, stell zurück, Kaspar. Lass mich. Singen, ich war eben, eben habe ich die Möglichkeit. Oh nein! Rockstar, der läuft genau auf mich zu. Nein, wo bist du denn? Kaspar, lauf! Kaspar, lauf! Ja, nein! Er ist hinter dir. Oh mein Gott. Er ist so schlecht, hier hochzukommen. Oh Gott, schnell auf das Schwarze, genau. Lauf schnell auf das Schwarze. Du schaffst das, Kaspar, du schaffst das. Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Er hat mich! Oh Mann! Ach, Kaspar, das war natürlich mega belastend. Soll ich ihn ein bisschen verarschen? Komm, ich veröffentliche jetzt mal ein bisschen. Ja, probier, probier. Komm hier, hallo. Hallo. Hallo, ich bin's. Hallo. Er holt dich gleich. Hau rein. Ah! Oh mein Gott. Nein! Er ist schneller. Ah! Oh mein Gott, was eine Taktik. Lauf auf! Was eine Taktik. Lauf auf! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so knapp. Bitte, nur 25 Sekunden. Warte. Ich mach schnell den hier. Ja! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er hat sich in der Luft erwischt. Man, oh! Nächste Runde. Pass mal auf, Kaspar, pass mal auf. Ich hole mir jetzt erstmal hier die ganzen Münzen. Nein! Jawohl! Hä? Okay, hol du dir mal die. Warum haben die so Augen, die die verfolgen? Das ist ja voll verrückt. Das kann auch sein, weiß ich auch nicht. Da liegt noch eine! Oh! Danke, hab ich fast nicht gesehen. Oh mein Gott. Hier muss doch irgendwo noch eine Münze liegen. Also, wir haben noch 30 Sekunden, uns zu verstecken. Also, wo wollen wir hin? Ich finde, wir brauchen ein richtig heftiges Versteck. Oh, nochmal Münzen. Wo man auf jeden Fall richtig, richtig, äh... Also, auf jeden Fall nicht gefunden werden kann. Oh, 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 oh. Ich überlege gerade, wo das sein könnte. Oh Gott, guck mal, hier oben! Ui! Hau hoch hier! Mann, die sind im Weg hier. Ich kann hier auch nicht springen. Ui! Ich frage mich gerade... Warte mal. Ey, die kloppen mir hier die Münze! Wie sind die da oben hingekommen? Nein, ich bin runtergefallen. Oh, wie wo oben? Wo oben? Hä, die sind gerade hier oben, irgendwie da, wo die Münzen sind. Sind sie die aufs Board hingekommen oder so? Aber ich frage mich gerade, wie? Hä? Ich glaube, durch den Farbeimer vielleicht? Das könnte gut sein, ne? Ich kann mir vorstellen, dass du in den Farbeimer rein musst. Warte mal, wo ist denn der Sucher überhaupt? 200 Schritte weg? So weit kann er nicht weg sein, dann. Nee, der ist, der ist, der ist, der ist gefühlt direkt bei dir. So. Ja, 20. Warte, wenn wir jetzt genauso machen, gerade wie du? Hier, zack, zack, zack. Uhuhu! Hier rüber. Och, nee! Och, Manu! Hab's auch nicht geschafft. Nee, nee, aber kommt man das vielleicht anders hoch? Hier an der Seite oder so? Ich überlege auch gerade. Nee, an der Seite auch. Oh, mein Gott, er kommt zu uns. Nein. Oh, er dreht sich hier um. Da war er gerade. Alter, ich dachte... Aber wo? Wir müssen uns irgendwo versch... Er hat jemanden gefunden, oder? Ich kann mir vorstellen, denkst du, wir können hier runter? Äh, ja, sieht so aus, ne? Als wäre da so ein Keller oder so. Aber ich weiß nicht, ob da unten so ein krasses... Ist da geheim versteckt? Nee. Ich trau mich nicht. Wir müssen irgendwie... Magst du... Ey! Oh mein Gott, der ist los! Jetzt! Wo bist du? Oh! Oh, er ist runtergefallen. Komm her, komm her, er ist runtergefallen. Warte. Ey, der ist ja absolut los. Komm mal her, guck mal hier. Oh mein Gott, Kaspar. Lauf da weg. Lauf da weg. Was machst du denn? Was machst du denn? Kaspar, was machst du denn? Wo musst du dich hin? Wo musst du dich hin? Nein! Warum hast du... Was machst du denn? Ich wollte noch zugucken, wie lost er war. Ja, er war ja wohl nicht so lost. Ja, doch, war ja am Anfang. Dann kam er auf einmal aus. Nee. Ja, genau. Mann. Guck mal, ich werde das mal ganz kurz hier... Hier oben was Heftiges machen. Und zwar auf dem heftigen Versteck gehen. Weil du es da nicht schaffst. Oh Gott. Lauf! Bitte lass mich hier durch. Jetzt genau ist er hier, lauf, Brox. Oh mein Gott. Nein. Er hat dich gleich. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf! Ach, Mann, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Lauf, lauf. Oh mein Gott, er ist mir gefallen. Alter. Oh mein Gott, du Lacka. Oh mein Gott. Er ist ganz unten. Okay, okay, okay. Dann habe ich ja Zeit hier, um rauf zu kommen. Hallo. Ah, nein. Ah! Wo bist du? Er sieht mich nicht. Er hat dich nicht gesehen. Er sucht mich. Er sucht mich, oder? Er hat irgendeine Potion in der Hand. Und? Leute, damit springt er höher. Oh Gott, jetzt hat er dich... Lauf. Oh Gott, er hat dich gesehen. Er hat dir in den Fall gesehen. Nein. Er ist voll schnell. Er ist voll schnell. Nimm die da vorne mit dem Drachenschwanz. Die hat den Kopf verloren. Rock's off. Rock's off. Nein. Nächste Runde. Nächste Runde, let's go. Wow, was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind irgendwie in einem Arbeitszimmer oder so. Was ist denn da los? Sieht ganz so aus. Also wir haben jetzt wieder 40 Sekunden Zeit, uns zu verstecken, Brock. Und ich hab da hinten schon so einen Spot gesehen. Komm mal bitte, wo bist du? Ich bin gerade hier auf dem Laptop. Ich glaub gerade auf der Tastatur rum. Ich bin mal runter. Du bist unten? Okay, warte, ich komm nach unten. Da bist du. Ah, ich seh dich. Okay, ich seh dich. Ich komme. Und lass mal da hinten, da ist so ein Dinosaurier im Regal. Lass da mal hingehen. Oh. Oh mein Gott, da können wir uns hinterher stecken. Aber warte mal, du bist ja richtig blöd. Hier kann man hochgehen. Oh nein, hab ich nicht gesehen. Okay, okay. Und dann kriegt man die Münzen. Drei Münzen für mich. Nein. Oh mein Gott. Und hier auch noch alle Münzen für mich. Hey, ich bin runtergefallen. Tja, vielleicht hätte ich dir ja gelassen, wenn du die runtergefallen. Lass mir eine noch. Ich hab auch keine einzige Ei gesammelt, glaube ich. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh oh. Ja, selbst schuldig. Hä, aber... Oh mein Gott, das sind auch so Mäuselöcher. Kaspar, wo bist du? Das ist doch eine Münze. Ja. Kaspar, wo bist du? Ich bin bei den Mäuselöchern. Okay, warte. Ehrlich? Ja, hier. Du bist ja die ganze Zeit hingelaufen schon. Äh, nee, achso, nee, warte, warte, hier meinst du. Oder meinst du, ich bin hier oben. Okay. Wie kommen wir da oben hin, zu dem Baseballer und so? Wie kommen die da hin? Warte mal, wo oben? Stimmt. Warte mal, mit dieser Leiter, glaube ich, oder? Nee, da oben ist das Bett. Ja, ich kenne da auch noch so Münzen. Ich kann mir vorstellen, dass du auf diesen Hasen da springen musst. Auf den Hasen? Mit dem Hut. Ja, aber das Ding ist, wie kommen wir überhaupt auf das Regal drauf? Gute Frage. Gute Frage. Vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da quasi so reingehen. Ja, wohl. Ey! Wo lang? Wo lang? Wo lang? Nein. Warte mal, ist der hier im Meiselloch? Nee, guck mal, 200 Meter, alles gut. Warte mal, 190, 180, 170. Da liegen aber noch Münzen, also muss man irgendwie hin. Oh mein Gott, das sind du uns. Oh Gott, lauf! Oh mein Gott, du musst laufen, Kasper. Du musst laufen. Das ist die Sackgasse. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Er kommt, er kommt. Oh jetzt, lauf! Er hat mich noch, er hat mich noch. Nein, schnell weg, lauf! Oh mein Gott, oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Er ist genau auf der Fährte von dir. Nein, er ist schneller! Er ist... Alter! Wieso hat er so schnell von einem aus dem Licht? Was hat er gemacht? Irgendwas getrunken oder so, so einen Zaubertrank oder so. Ey, unglaublich. Alter. Krieg ich natürlich wieder ab, ne? Nein, Mann! Was machst du da auf dem Stuhl, Kasper? Was machst du da? Ich hab Angst. Ich muss heute zum Zahnarzt. Ich hasse den Zahnarzt. Aber es ist notwendig. Du musst jedes halbe Jahr gehen. Ich weiß, aber ich hab irgendwie Angst davor. Kannst du mir vielleicht Hilfe leisten oder so? Mich begleiten? Dann bin ich nicht ganz allein. Okay, weißt du was, Kasper? Komm mit. Was denn? Ich werd das begleiten. Okay, okay, okay. Aber... Gehst du öfters zum Zahnarzt oder wieso kennst du dich hier so gut aus? Ich geh jedes halbe Jahr zum Zahnarzt. Achso, deswegen... Ja, okay, sehr gut. So muss das ja auch. Wir sollen jetzt hier erstmal diese Steine dann nehmen oder was? Und da hinsetzen, die Lego-Steine. Genau, die müssen wir da hin platzieren, damit wir dann hochkommen. Das Ding ist, ich sag dir, Zahnarzt ist gar nicht so schlimm. Einfach Augen zu machen und dann war es so wieder schön. Nein, ich find Zahnarzt schlimm, wenn ich schon hört, dass da irgendwo gebohrt wird oder so. Also nicht bei mir, aber halt in irgendeinem anderen Raum. Also dann, äh, da krieg ich Gänse aus. Ja, solange wir Zähneputzen, muss man bei dir ja nicht gebohrt werden, ne? Von daher. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn ich das schon höre, das Geräusch, wenn ich bei jemand anderem gebohrt wird oder so, dann krieg ich Gänse aus. Ja, ich denk mir, das war dann nur so der Arme, aber das passiert mir ja nicht. Der Arme. Ja, das stimmt. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Das ist mein Zahnarzt. Das ist dein Zahnarzt. Wieso sieht der so gruselig aus? Der kennt schon böse aus, hä? Okay, aber ich glaube, vielleicht, äh, keine Ahnung, war da irgendwie was komisches getrunken. Oh! Oh! Alter, Alter! Also irgendwie sieht die Klinik ein bisschen anders aus, als ich die in der Ruhe habe. Ähm, das ist nicht der Zahnarzt, den ich kenne. Also, ich hab echterweise keine Ahnung, wieso das hier alles so komisch aussieht. Direkt runtergefallen? Oh mein Gott. Gar nicht. Oh mein Gott, ist so schlecht, dass er direkt runterfällt. Iiiiih, und geht weiter hier. Alter, was ist los bei dir? Einfach weiter, einfach weiter, genau. Okay, ich hab's geschafft. Sehr gut, Walter. Hä? Also wirklich, was ist bei dir heute los? Du darfst nicht springen einfach, du musst einfach nur rüberlaufen. Ja, hab ich gemacht. Dann rüber schweben. Okay. Dann geht's weiter jetzt hier. Easy peasy. Ist mal ein kleiner Stück drauf. Genau, hier hoch. Und hier oben ist eine... Ja, 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 ja. Ich kann dir eine Sache sagen, ich werde heute nicht einmal draufgehen, dieser Obby, ne? Hashtag Obby King. Ich hole mir heute den Titel zurück. Mhm, und was würdest du wetten, ne? Dann musst du alle Zähne ziehen. Oh mein Gott, lieber nicht. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Aber, wir wetten um eine Naschitüte, okay? Okay. Pass auf zur Zahl an. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So. So. Ahaha. Oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich noch rüber geschafft. Das war ja die schnellste Naschitüte. Was? Die ich in meinem Leben verdient habe. Okay, jeder hat drei Leben, okay? Okay. Jetzt haben wir beide hier schon ein Leben verloren. Ab jetzt geht es ja natürlich. Jetzt hat jeder noch zwei Leben. Na gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Oh, du hast recht. Das war richtig knapp. Okay, kein Problem. Weiter gehen. Alles gut. Der Leben, jeder noch. So, komm, Knopf drücken. Oh, verdammt. Okay, das hätte man sich vielleicht auch merken können. So, oh, oh. Yo, sehr gut. Und jetzt auch ganz oben, oder was? Alter, sehr gut. Ah, und weiter. Oh nein, nur ein Rohr ist richtig. Ja, das ist richtig. Oh mein Gott, du hast dich für das richtige entschieden. Okay, wo sind wir? Sehr gut, ab geht es hier. Das ist ja. Das sieht schon ein bisschen jetzt aus, wie das hart klingt. Hey, Kasper, wo ist das? Hey, hey. Wer ist los? Hallo, ich wollte einen Termin haben. Ich habe einen Termin. Hilfe. Ich muss dir die Zähne ziehen. Oh Gott. Was ist los bei dem? Alter, verfolgt den ja die ganze Zeit. Der kann so die Treppe hoch. Oh Gott. Der ist nicht blöd. Oh mein Gott. Ich habe es aufgemacht. Alter, was ist los bei dem? Alter, der sieht auch gruselig aus. Ich mag den nicht mehr. Ich weiß, richtig verrückt. Okay, lass ihn nach oben gehen. Ich mochte den doch nie. Oh Gott, nein. Alter, komm mal hierhin, der wird gequält. Ich weiß. Das ist das, was du meinst. Alter, deswegen hasse ich den Zahnarzt. Aber ja, das ist jetzt die. Erstmal lieber den Kommen. Erstmal lieber raus. Ja, okay, okay, okay. Ich bringe mich zum anderen Zahnarzt. Der ist irgendwie blöd. Ja, okay, okay. Über die Börse. Aber ich gehe auch nicht mehr drauf. Keine Sorge. Ja, ich auch nicht. Ich bin Profi. Hast du schon vergessen? Oh mein Gott, du bist einfach zu blöd. Du weißt nicht mal, dass man hier lang muss. Hä? Oh mein Gott. So, hier lang. Na, ob du das schaffst, den Sprung hier. Mal gucken. Zeig mal. Easy peasy. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Easy. Easy. Alles gut. Also, guck mal, hier sind so gezogene Zähne. So sehen die aus? Nein. Nein, oder? Sie sehen doch nicht aus. So? Wurzeln, oder nicht? Äh, guck mal, der heult richtig, weil der so, weil dem Zähne, alle Zähne gezogen werden. Stimmt, der wurden alle Zähne gezogen, oh Gott. Oh mein Gott, jetzt isst er. Und jetzt isst er uns einfach. Äh. Hä? Guck mal, wenn du zurückguckst, hat er wieder alle Zähne. Dem stimmt doch irgendwas nicht. Aber nur so vergammelte oder so. Lass ihn mal durchgehen. Durch hier? Ja. Alter, was hat der alles gegessen? Vorsichtig, da ist so Chicken Nuggets und so. Irgendwelche Augen. Wir haben da so eine Kuchenhand oder so, krass. Okay, weiter geht's hier, hier vorne raus. Oh mein Gott, hier geht's die Wirbelsäule hoch. Dann mal die Wirbelsäule hochgehen. So, so. Nein! Easy. Ich bin runtergefallen, weil du mich runtergeschubst hast. Genau. So, weiter geht's. Ist so. Weil wir uns auch berühren können. Und du gehst drauf. Nein, was? Was? Du auch? Oh mein Gott. Okay, jeder nur noch ein Leben, ne? Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir beide raufgehen. Ich auch nicht. So, und rüber springen. Sehr gut. Und hier ganz vorsichtig. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war ganz gut. Ganz, ganz klar. Alles gut. Alles gut. Kein Problem. Nichts passiert. Was ist da? Die Kackwurst. Ah. 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 Oh mein Gott, der kackt uns aus. Oh nein. Hä? Hä? Du bist gerade draufgegangen. Bin ich nicht. Du bist draufgegangen, die haben immer alle gesehen. Dann bin ich nicht. Natürlich. Schon wieder. Jetzt bin ich draufgegangen. Die Naschentüte geht an mich. Juuu. Das eine zählt nicht. Natürlich. Dafür kann ich gar nichts. Oh mein Gott. Alter. Wow. Hä? Ich wollte wieder zurückgepäht. Ah. Ne. Du bist draufgegangen. Ich bin nicht draufgegangen. Wahrscheinlich gehe ich drauf. Du bist draufgegangen. Ich bin gar nicht draufgegangen. Natürlich. Hier lang? Nein. Doch. Wir sind richtig schnell jetzt gerade. Und zack. Und zack. Die Zähne schön ausweichen. Wuuu. Oh mein Gott. Da fliegt ja. Wie so eine kleine Apermeise. Krass, wir springen hier. So. Kein Problem für mich hier, Alter. Hobby King am Start. Sehr gut. Und Sprung. Zack. Siehste. Direkt rein hier. Optimal. Okay, ich gehe rechts lang. Oh. 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 Ich nicht. Ja, ja. Warte mal. Ich gucke lieber nochmal. Ja. Ja. Oh. Oh mein Gott. Was ist das für ein Lager? Wo die neuen Zähne gemacht werden. Lol. Okay. Oh Gott. Wie schön knapp hier die Sprünge, Alter. Oh Mann. Ey, du bist da so schlecht. Und bist da nochmal draufgegangen? Gar nicht. Ich bin respawn gerade, ganz normal. Du bist nochmal draufgegangen. Das heißt, jetzt bist du öfter als ich draufgegangen, ne? Nee, wir sind jetzt genau gleich oft. Nein. Oh, hier. Natürlich. Das ist dreimal. Was? Dreimal. So, hier über die Zähne rüber. Easy peasy. Gatsch, gatsch, gatsch. Und hier vorne. Kurz hoch. Hm. Hochfahren. Zack. Eeeeee. 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 Wuhu. Wuhu. Easy. Gar kein Problem. Cool. Oh mein Gott. Ich weiß schon, was kommt. Und locker der gruselige Zahn hat sein und so. Oh Gott. Und wo aber? Bro, wie schnell war der da? Und wo? Von rechts, Bro. Der ist abends losgesprintet. Ahhhh. Der ist gesprintet. Pass auf. Der muss sich lang. Bro, der ist übelst schnell. Nein, eine Sackgasse. Oh, er hat mich. Ich hoffe, ich finde das den richtigen Weg. Nein, er hat mich. Lass mich den richtigen Weg finden. Unglaublich. Also du musst ein bisschen mittig dich halten. Oh, nein. Ja. Ja. Rechts. Oh Gott, ich glaube. Rechts lang. Oh, sehr gut, sehr gut. Hä? Ahhhh. Ahhhh. Du bist doch so schlecht. Geh auch drauf. Geh auch drauf. Geh auch drauf. Nö. Na gut. Ich bin ja nicht schlecht. Du hast jetzt einmal mehr verloren. Ich bin einmal mehr draufgegangen als du. Na gut. Okay, okay. Oh mein Gott. Die Zahnärzte kommen. Oh, oh. Oh mein Gott, was ist denn im Roten? Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schließt die alle ab. Die sind voll schnell. Oh. Schließt die ab. Auf Mafia hier, Zahnärzte. Oh mein Gott, ich habe alle besiegt. Hau rein. Sehr, sehr gut. Ich auch. Oh mein Gott. Stark, 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 stark. Ich auch, okay. Jetzt können wir hier, glaube ich, ausfahren. Läuft doch. Und? Geschwindigkeit wieder oder was? Ich hoffe, da gibt es ja gar kein Auto. Oh, oh mein Gott. Wo ist dein Auto? Alter, wie cool. Ich habe kein Auto. Hast du echt kein Auto? Nein, ich muss laufen. Hä, aber wieso bist du so schnell? Ich sehe dich gar nicht mehr. Weil ich so schnell bin. So, ich habe ein Auto. Hast du auch eins? Ja, jetzt habe ich auch eins. Ah, jetzt. Okay, okay. Oh, los. Okay, sehr gut. Los geht's. Los fahren. Und zack. So, hier rüber. Vorsichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau ab, Kollege. Ich sehe gar nichts. Oha. Wie weiter geht es hier? Und zack. Auf den Boden. Oh mein Gott. Das glaube ich nicht. Ja. Nein. Das soll nicht wahr sein. Und da ist er draufgegangen. Du bist doch eben auch draufgegangen, oder nicht? Gewinner. Nee. Du, nee. Wuhuu. Alter. Ich bin jetzt draufgegangen. Wir sind rausgekommen. Und das geht ja nochmal drauf am Ende. Ich glaube es nicht. Warte, ich bin fast da. Ich bin der Gewinner. Und du bist der Verlierer. Alter, ich sitze einfach auch noch. Nee. Er ist am Ende hier. Ja. Okay. Alter, du hast ja wirklich gewonnen. Direkt beim letzten. Jibiii. Guck mal, ich fahre noch. Und du fliegst. Siehst du mich? Ja, ich sehe es. Gewonnen. Ey, wo sind wir denn, Alter? Was ist das denn? Wir sind in so einem krassen Haus oder so. So ein Schlag. Wer ist das denn? Das Monkey. Oh mein Gott, der Horroraffe. Ey, was? Oh nein. Und den müssen wir heute entkommen und alle Türen finden und schlüsseln und alles. Oh ja, müssen wir. Wir müssen alles finden, damit wir da rauskommen. Guck mal, der wird uns fressen. Ich glaube auch. Okay. Ey, wir sind gefangen hier im Käfig. Nein, jetzt hier raus. Hier können wir ausbrechen. Ja, wir können raus, wir können raus, okay. Okay, wie kommen wir jetzt hier am besten raus? Also, du siehst rechts haben wir auf jeden Fall schon ein paar Items. Drei Fallen. Ja, ja, ja. Ich kann mich auch verstecken. Ich glaube, das ist so ein Versteck-Ding, ne? Ja, ich habe einen Hammer. Hä? Da ist Monkey. Oh mein Gott. Okay, das ist das Monkey. Wir müssen... Warte, hier ist ein Schlüssel, Kaspar. Hier ist ein Schlüssel. Ja, nimm noch mit, nimm mit, nimm mit. Ich habe da schon was in der Hand. Ja, hast du den? Ach, ich nenne mit. Jetzt hat sie den. Ey, Mano. Oh, Mann. Oh, ist schnell vorbeilaufen. Ist das hier? Hier kann man was reinstecken. Das ist so ein Schlitz. Egal, egal. Ich gehe jetzt immer weiter. Och, ne, jetzt geht ihr nur auf mich hier. Hau ab da, Monkey, bitte. Warte, hier kann sie, glaube ich, aufmachen. Hier brauchen wir einen gelben Schlüssel. Wir brauchen einen gelben Schlüssel. Ja, sie soll mal aufmachen. Warte, da kann man noch runterspringen. Und hier ist so eine Nagelkiste. Warte, nimm mal die Nagelkiste hier rechts mit. Also links. Ja, mach ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Wichtig jetzt hier. So, hier ist anscheinend... Ist hier der gelbe? Ich habe den gelben Schlüssel. Ich habe den gelben Schlüssel. Ja, zurück, 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 zurück. Und hier ist auch der Grüne und sowas. Ich nehme den Grün mit. 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 So, zack. Okay, Monkey, komm gerade. Jetzt schnell, lauf, 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 lauf. Ich habe eingekillt. Was? Ich gehe rein in den Grün. Ich gehe rein in den Gelben. Es geht nicht, es hat gelegt. Oh mein Gott, gut, dass ich weggelaufen bin. Ehrlich, wo es gerade kommt. Wo bist du? Geheimcode 4, 5, 5, 7. Merkt ihr den, merkt ihr den? 4, 5, 5, 7. 4, 5, 5, 7. Merke ich mir. Okay, er ist weggespawnt. Er ist weggespawnt. Warte, was ist grüte da rein? Da ist er. Oh mein Gott, ich gehe nach oben hier. Nein, oben ist... Jetzt, ich mache auf, ich mache auf. Es ist auf. Der Brennerraum, pass auf, er kommt rein, er kommt rein. Okay, du kannst mit C, kannst du dich hinlegen. Kannst du kriechen, ja genau. Mach auf, Mist. Das sieht ja voll krass aus hier im grünen Raum, ne? Oh mein Gott, was ist hier drin? Und da müsst ihr noch weiterkommen, da vorne, ne? Oh, Achtung, der Affe ist hinter uns. Pass auf, pass auf. Kommt der, kommt der, kommt der. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Jetzt rüber, jetzt rüber. Ich weiß, ich weiß, du. Die brauchen jetzt am besten den lilaen Schlüssel. Der liegt wahrscheinlich hier irgendwo rum, ne? Ja, der vielleicht hier. Warte mal, hier hinten? Ich habe einen schwarzen Schlüssel, ne? Okay, der Affe läuft woanders gerade hier. Oh nein, da ist zu. Geht zurück, geht zurück. Hier rein, hier rein, hier runter, hier runter. Der Affe geht gerade woanders hin. Der geht gerade woanders hin. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, also wir müssen jetzt die ganzen... Willst du da runter, oder nicht? Nee, ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Wir müssen diese Sachen finden, aber wo sollen die jetzt noch sein? Ich glaube, pass auf. Was ist das denn hier? Wieso? Ich habe eine Box Nägel. Können wir die irgendwo hinbringen? Die können wir vielleicht irgendwo gebrauchen. Wenn du einen schwarzen Raum siehst, den wir nutzen können, ne? Ja, ja. Okay, ich merke mir das mal. Vielleicht kann man hochklettern, oder? Nee, nee. Oh, ich glaube, ich höre den Affen oder so. Oh Gott, ich höre den auch, glaube ich. Okay, lass mich. Ich glaube, wir müssen hier zurückgehen. Das muss man lieber abchecken. Oh, er kommt. Hier oben. Er ist da, er ist da. Lass ihn in die Kanalisation. Ja, Kanalisation, dann können wir nämlich ganz zum Anfang kommen wir dann wieder. Ja, ja. Oh mein Gott, ist das grün hier. Aber mega grün. Ich höre ihn über uns, Kasper. Oh Gott, oh Gott. Ich habe echt Angst, dass der kommt. Wir können auch Fallen legen, dann wird er da reintreten zur Not, ne? Das ist echt gut. Das ist echt gut, sehe ich gerade. Okay, wir müssen ja auch noch dran denken, dass wir das auch nochmal an können. Oh Gott, das muss hier hochgehen, ne? Oh Gott. Ist hier noch irgendwas? Warte mal, hier liegt was? Hier liegt was? Was liegt da? Ein blauer Sch... Oder was ist das? Ich habe ein blaues Rohr oder sowas. Ein Bleistift oder sowas. Warte mal, da vorne liegt ein anderer Schlüssel. Ein roter, stimmt. Und das ist noch was, hier ist ein pinker, Alter, wir waren ja voll blind. Und noch, äh, ja, ja. Ich habe einen pinken Schlüssel. Ich nehme einen pinken mit, okay, jetzt haben wir... Oh Gott. Okay. Ja, das trägt vor uns. Ich lege mal eine Falle, ich lege eine Falle. Ja. Ich habe gelegt. Los, lass ihn reinlocken, lass ihn reinlocken. Ja, jetzt weg hier, sehr gut. Schwer, Lauf, Kasper, Lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war sehr wichtig, das war sehr wichtig. Alter, jetzt chillt der da erst mal. Okay, aber jetzt schnell pinker Schlüssel. Genau, du bist pink, ich habe orange. Ich habe rot. Wo ist denn das pinke Schloss, weißt du das? Ist hier rot? Hier ist rot, komm rein. Nein. Sehr gut, Bibliothek, ja? Hier ist der weiße Schlüssel. Ich glaube, ich höre ihn. Ist der pinke da auch irgendwo? War hier irgendwo ein weißer Raum? Ne, pink war hier. Hier, oh mein Gott, hier ist auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, ist der Affe? Ich habe eine Falle gelegt. Der ist direkt vor mir. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, der ist in die Falle gegangen. Komm in den Raum rein, wollen wir grün aufgemacht haben. Ja, sehr gut, okay, okay. Wollen wir grün aufgemacht haben. Ach da, ist das die richtige Farbe? Ist das nicht lila, nicht pink? Ich weiß nicht. Ach so, du hast, ach so. Oder, ich weiß es nicht, vielleicht könnte, das ist der, glaube ich. Echt? Ich glaube, das ist der. Ja, das ist der. Du hast das Dampfraff freigeschaltet. Ich habe ein Ticket gefunden. Was ist das für ein Ticket? Ich weiß nicht, was denn... Oh, ein blauer Schlüssel, wichtig. Nimm mit, nimm mit. Hier raus, hier raus jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, da kommt noch mal direkt hinter mir. Der war gerade direkt hinter mir gerade. Ich weiß, ich weiß. Ich muss aber erst wieder einmal außen rumlaufen. Okay, mach mal auf hier. So, okay. Okay, jetzt hier braucht man, was ist das denn? Lila nochmal? Hier so ein hell pink. Und hier ist schwarz. Schwarz hatten wir irgendwo. Ja, das Ticket kann man irgendwie in der Bücherei, glaube ich, abgeben. Das Ticket, da hinten läuft der, der weiß gar nicht mehr. Ja, aber das Ding ist, die schwarze Schlüssel lag irgendwo. Der kommt, der kommt. Ich hatte den irgendwo. Der ist am Anfang, glaube ich. Was ist hier die Tante? Kann ich hier mit der... Nee, ich kann nicht. Ich gucke mal ganz kurz am Anfang, weil ich glaube, am Anfang habe ich den schwarzen Schlüssel hingelegt. Ja, mach mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Anfang hin. Da hast du die Box. Wenn du die Box Nägel siehst, sag mal Bescheid. Ich habe die Box Nägel, die ist hier. Oh, die muss hier in die Bücherei, muss die. Kannst du dir das beibringen? Aber ich brauche... Geht nicht. Ich habe doch hier den schwarzen Schlüssel, den ich... Ja, warte mal, wo bist du denn? Ich hole und ich komme dazu, dann nehme ich dann die Box. Am Anfang, hier, genau. Hier ist die Box. Okay, ich nehme die mit hier. So. Pass auf, da ist jetzt kein Abwehr um die Ecke gekommen, ne? Nee, 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 alles gut. Noch ist er nicht hier. Du musst dich aber beeilen, der kommt jetzt hier jede Sekunde. Ich weiß, ich weiß. Du musst aufpassen, dass ich mich hol. Beeil dich bitte hier rein, hier rein, hier rein. Ist ja hier irgendwie sehr gut. Ja, hier Box Nägel abgeben. Jetzt brauchen wir nur noch so ein Brett, was wir da abgeben müssen. Oh, das Brett liegt auch am Anfang. Auch am Anfang? Okay, lass uns mal gleich hoch zusammen. Ja, lass uns mal kurz hochgehen. Wo waren wir jetzt gerade? Oh Gott, das Affe. Oh, hier durch hier durch. Nein, nein, pass auf, pass auf. Alles gut, alles gut. Kommt der? 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 Da ist der? Sehr gut, raus hier. Ich laufe hier durch. Ich laufe hier durch. In die Treppe müssen wir doch hoch zum Schwarzen. Ey, bist du blind? Hier rum lang? Hier müssen wir doch lang durch das Blaue. Doch nicht bei dir lang. Doch, durchs Dampfbad. Ach so, hä? Ich bin auch so rumgelaufen. Hey, warte mal. Mega woanders, ey. Hä? Aber das war nicht richtig hier. Hier, jetzt hier hoch. Wir müssen hier in die Treppe hoch. Hab ich doch eben schon zehnmal gesagt. Komm, raus mal hier zu mal hoch. Ah, okay. Alter, ich sag's doch 20 Mal, Mensch. Ja, ist ja so. Ja, gut, dann mach jetzt auch. Welche Schlüssel hast du? Mach auf da, mach auf da. Den Schwarzen. Oh mein Gott. Boah, Waffen. Was? Oh mein Gott. Hier, was hast du für einen Schlüssel? Weiß. Der Orangene. Ach so, wir können hier runterspringen, ne? Zur Not, ne? Ja, lass die runter, lass die runter, komm. Okay. Ich bin unten. Du hast das Orangene Schlüssel, ne? Was können wir hier machen? Warte mal, hier sollen wir irgendwas hinbringen, oder? Ja, hier sollen wir auch noch Steine, Kohle, oder? Warte, ich weiß, wo Steine, Kohle lag. Okay, dann lass doch mal hinlaufen, ja. Komm mit, ich hol die Steinkohle. Ja, sehr gut. Wir kommen jetzt vielleicht irgendwo um die Ecke, oder so, dass wir jetzt so belasten. Ey, ich hab den Orangene Schlüssel, ich hoffe, dass... Ich hab die Kohle, ich hab die Kohle, ich hab die Kohle. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, dann jetzt wieder da hin und den Ofen anmachen. Ich glaub, dann kriegen wir hier Licht auch drin, richtiges. Ja, das hier drin? Nein, ich muss dann mal kurz... Ich geh grad einen anderen Weg. Das war hier, das war hier. So, hier. Okay, ich hab... Kohle. Kohle rein, und... Geht nicht. Jetzt. Hä? Jetzt, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Ofen ist an. Und jetzt? Was passiert jetzt mit dem Ofen? Äh, da brennt irgendwas. Zurück, 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 okay. Ja, nicht, dass der was benutzt, ja. Hier gehen wir jetzt durch. Ja, wieder durch. Ich hab halt auch den Orangene Schlüssel, ne, den können wir irgendwo abgeben. Oh mein Gott, pass auf, Monkeys sind da der. Ich hab mal noch den Weiß, nehm ich noch mal ganz was mit. Nimm mal, pass auf, Wannrad, gehen wir zurück und nimm mal das Brett. Warte mal, warte mal. Oder ich, nimm mal das Brett. Ja, das Brett, das ist wichtig. Bro, der Orangene, da ist das vorne, die Tür. Oh mein Gott, gut gesehen, gut gesehen. Hier, achte, Warte, Monkey, Monkey, Monkey. Okay, ich geh... Hier, lass hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ja, ja, außen, 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 außen. So, und dann lass zur Orangene Tür, weil die ist, glaube ich... Ja, safe, gar nicht dran gedacht, dass die da sein könnte. Oh mein Gott, die ist so offensichtlich, ne? Kommt der jetzt, kommt der jetzt? Ja, da kommt der jetzt. Ja, alles gut, wir haben abgehängt. Okay, und jetzt? Okay, jetzt mach auf. Willst du raus, aufmachen? Oh mein Gott. Du hast Natur freigeschaltet. Hier brauchen wir den Hammer. Oh. Was? Warte, was liegt denn hier rechts? Hier liegt dann jetzt ein Hammer. Hier liegt irgendwas, ne? Da liegt was, ist das der Hammer? Die TNT. Was für ein Glück, was für ein Glück. Was? Okay, jetzt haben wir... Oh mein Gott, was ist das? Ich hab ne Fackel. Fackel. Ich weiß nicht, was die bringen soll. Lass mal hier die Treppe hochgehen, lass die Treppe hochgehen. Lass die Treppe hochgehen, vielleicht können wir da irgendwas oben noch aktivieren. Stimmt, du. Ne Kanone. Was muss man machen, um die zu aktivieren? Gute Frage. Okay, komm, lass uns mal wieder reingehen, wir müssen drin auch noch was übersehen. Geist da kann, aber pass auf, ich glaube, Affe ist irgendwo da, na, pass auf, dass du jetzt nicht in die Ecke geholt wirst. Wir können jetzt mal, ja, alles gut, der kommt noch nicht. Okay. Wir können hier auch nochmal in diese Richtung auch weitergehen. Kommt der hier noch? Ja, aber wir nur noch 2 Minuten 56, na? Sack hast du, sack hast du. Okay, jetzt müssen wir uns wirklich spurten, dass wir das noch schaffen. Pass auf, pass auf. Da ist der Affe? Alles gut. Ah, jetzt, 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 jetzt. Wir hätten noch dieses Brett am Anfang, ne? Am Anfang war noch dieses Brett. Lass das Brett machen als nächstes, komm. Das brauchen wir auch. Oh, schnell das Brett. Ich guck grad, ich überleg grad. Ich glaube, in dem Brett, das wird etwas freisetzen, wo wir den Code eingeben müssen, und dann kriegen wir den Hammer und kommen rüber. Was muss ich mit der Fackel machen, ist halt die Frage. Okay. Die brauchen wir schon später, die brauchen wir schon später. So, warte mal. Und wir müssen uns den Code nochmal merken, ne? Ist das hier das Brett? Nein, nein, das Brett ist hier vorne. Da vorne liegt das. Das Ticket müssen wir uns halt auch merken. Ja, ja. Was ist das für ein Ticket da? Hier, nimm das Brett, nimm das Brett, nimm das Brett. Ja, 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 wieso? Aber dann hab ich das TNT hier liegen, ne? Warte mal, warte mal. Hier ist der Start. Hier muss der Wachsmallstift rein. Da muss der Wachsmallstift rein. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, sehr gut, mach rein, mach rein. Und jetzt? Äh, ich drück drauf, aber es passiert nix. Äh, du hast ihn noch, jetzt? Jetzt! Ja! Oh mein Gott, guck mal! Okay, warte, ich hol die Fackel. TNT da hinten, TNT! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, als wenn wir Glück hatten, das jetzt da anders. Als ob das da hin gespawnt ist, ne? Und da, da ist was drin, ich hab, wir brauchen noch einmal, oder? Nein, wir brauchen zwei. Wir brauchen das andere von außen. Nein. Hier ist ein Schlüssel. Welch zum, was ist ein Schlüssel? Oh nein, der niederlende Schlüssel, der niederlende Schlüssel. Brauchen wir den noch? Für oben, ne? Für oben, schnell! Ja, ja, schnell, lass... Oh mein Gott, pass auf! Okay, jetzt müssen wir, ich glaube... Oh mein Gott, jetzt müssen wir gleich beeilen, ne? Außenrum, gleich außenrum. Wir müssen jetzt eigentlich sprinten jetzt, sonst geht's nicht ins Bett. Und dann nach oben. Und dann aufmachen den Raum. Hier lang, ne? Genau, hier lang. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, du hörst nicht hier die Treppe hoch da vorne. Oh stimmt, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Okay, lass die extra Runde machen. Ja. Ja, extra Runde hier. Aber die Zeit haben wir nicht, die Zeit haben wir nicht. Ich weiß, ich weiß. So, jetzt hier schnell hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und du, was für ein Schlüssel war das? Ein pinker Schlüssel. So ein pinker Schlüssel. Oh mein Gott, da war es direkt hier. Mach schnell rein, mach schnell rein. Schnell rein, schnell, schnell, schnell. Oh, jetzt! Dynamit! Und raus! Falle! Oh mein Gott, du hast passiert und jetzt raus! Dynamit passiert, schnell! Nimm das Dynamit! Runter, komm mal schnell runter! Hier vorne, komm mal schnell runter! Runter, 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 runter! Hier, hier, hier! Aber das Ding ist... Und jetzt anbringen, 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 anbringen! Ja, ja, ja! Raus, 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 raus! Eine Minute noch, ne? Das schaffen wir, das schaffen wir. Doch! Belieben! Belieben! Okay, jetzt ist hier vorne... Das Ticket! Das Ticket wird spannend! Jetzt wird echt spannend! 162 war der Code, ne? 162 war der, ja! So, jetzt hier bringt das TNT, das hat mich irgendwas gedeckt! Und angebracht, explodiert! Was ist das denn drauf? Das Geld! Hier, ich gesammle es ein und eingesammle ich am Geldsack! Wohin damit? Was können wir machen? Wohin mit dem Geldsack? Wohin mit dem Geldsack? Komm, weiter, weiter, weiter! Hier? Nein! Nein, Sackgasse, Sackgasse, wir müssen jetzt noch irgendwas machen! Du hast doch das Brett! Oh mein Gott! Das Brett muss zu dieser Tante, zu der Zaubertante hier vorne, die will bestimmt auch Geld haben! Verdammt! Hier muss das Brett hin, hast du das Brett? Nein, ich hab's nicht! Du hast es ja liegen lassen! Oh, nein, wo ist das Brett denn? Ich guck auch grad noch 15 Sekunden, das Brett ist am Anfang! Oh, los, wenigstens das Brett noch schnell! Oh, wo ist das Brett? Da vorne liegt es, das schaffen wir nicht mehr! Das ist nicht das Brett, das ist das Ticket! Nein! Nein! Wir haben es nicht geschafft, ey! Gleich beim nächsten Mal! Das soll's gewesen sein, Freunde! Wir haben es leider nicht geschafft! Wenn ihr drauf wisst und trotzdem mehr so möchtet, lasst mir ein Like und ein Abo da! Bis zum nächsten Mal! Tschau, tschau! !